Meine Feinde sind hartnäckig. Wenn Geld nicht ausreicht, greifen sie zu Gewalt. Inzwischen habe ich Johnson und Pitcairn erledigt, ihre Pläne durchkreuzt. George Washington versammelt die Kolonisten und ihr Marsch in die Freiheit wird langsam ernst. Kein Wunder, fürwahr, dass die Templer seinen Tod wollen. Sie wollen dieses Land verwandeln, in etwas Kaltes und Geordnetes, in etwas Seelenloses. Und er ist ein Hindernis. Ich muss ihn retten, auf das sein Traum wahr wird und mein Volk sicher ist. Doch je mehr ich helfe, desto größer ist die Gefahr entdeckt zu werden. Die Templer wähnen ihre Männer ein Opfer der Revolution. In ihren Augen sind die Assassinen tot und zu schlagen. Keine Bedrohung, fürst du. Doch ich fürchte, sie erkennen bald die Wahrheit. Und dabei auch mich. Ich muss vorsichtig sein. Wie verläuft die Jagd, Connor? Es gibt Fortschritte, doch ich bezweifle, dass das reicht. Du bist, wo man dich am meisten braucht. Hättest du Charles Lee oder deinen Vater verfolgt. Was wäre dann mit Paul Revere oder den Soldaten in Lexus? Soldaten? Es gab keine Soldaten in diesen Städten. Nur Männer und Frauen, die sich selbst verteidigen mussten. Kämpfst du nicht genau deswegen, um dein Volk zu beschützen? Dein Kampf ist der Kampf der Kolonisten. Hilfst du den einen, hilfst du den anderen. Ermutigende Worte von einem, der diesen Kampf für aussichtslos hielt. Hahaha, mach dir nichts vor. Das tue ich noch. Und doch erfüllen mich deine Erfolge mit etwas Stolz. Wo sollte ich deinen Anteil daran sehen? Sieh ihn nicht und gib den Umhang zurück und die Klingen und die Pfeile und all die Jahre der Ausbildung und das Wissen, das ich dir anvertraute. Gib mir all dies zurück. Dann werden deine Worte vielleicht wahr. Oder gib einfach zu, dass du dich geirrt hast. Ach, Kind, bitte. Du tötest zwei Männer. Einer eher ein Kaufmann als ein Soldat. Da musst du dich mehr anstrengen, wenn du mich beeindrucken willst. Ach, ist das so, alter Mann? Warum gehen wir nicht vor die Tür, ha? Ich würde dir nur zu gern demonstrieren, wie... Connor, das ist Benjamin Talmadge. Sein Vater war einer von uns. Kein Grund für Geheimnisse. Ich glaube, er hat uns etwas zu sagen. Achilles sagte mir, dass du einen Plan zur Ermordung des Commander-in-Chief entdecktest. Ja, aber ich habe nur falsche Ansätze und Sackgassen gefunden. Nicht mehr, mein Freund. Thomas Hickey ist dein Mann. Ich will dir helfen, ihn zu schnappen. Weh. Ich erkläre es dir auf dem Weg. Du und ich ziehen nach New York. Ja, und herzlich willkommen hier zurück bei Iron Sock. Assassin's Creed 3. Ja, das war ein fieser Schnitt letztes Mal, ich weiß. Aber das musste ich irgendwie machen, ganz fix, damit ich halt eine neue Sequenz sozusagen einleiten konnte. Komplett. Ja, was ist geschehen? Es ist einfach viel geschehen. Wir haben Bunker Hill, äh, Boston gerettet sozusagen, um in Bunker Hill gekämpft. Ähm, wir haben... ...unseres zweites Ziel. Unsere, glaube ich, 8 oder 6. Leute, die wir ausschalten wollen, müssen können, werden. Ähm, ausgeschaltet. 2 schon mal. Äh, 10 Nummer 2 schon mal. Und, ähm... Ja, was gibt's sonst noch? Ähm, eigentlich... ...jetzt im Großen und Ganzen nichts mehr. Nur noch, dass wir jetzt halt nach New York fahren. Äh, laufen. Wie auch immer. Und... ...pum, ja. New York, New York. So ungefähr. Aber ich hab mir folgendes gedacht. Bevor wir jetzt hier, ähm, losrennen und, äh, eine Mission nach der anderen uns da durchbrügeln, wie die Bekloppten, ähm, kann ich auch hier Schnellreise machen. Warum ich das nicht gleich mache. Und zwar ins Grenzland, bevor wir dann nach New York gehen. Und zwar in unser Dorf. Da gibt's nämlich auch noch ein paar Sachen zum Quatschen, die ich dann auch noch mal vorlesen muss. Ja, super. Boah, ich komme immer mit meinem Headset, ja, mit meinem Kopfhörern jedes Mal gegen mein Mikro. Schlimm, Entschuldigung, Entschuldigung, wenn es zu laut war. Nee, ähm, da haben wir auch noch was zum Bequatschen. Und, naja. Was vorlesen ist halt so. Hab ich ja alles bisher gemacht. Und das werde ich auch weiterhin so machen. Oh, jetzt haben wir noch einmal hier. Oh Mist, das hätte ich vor der Sequenz machen müssen. Mist. Weil dann hätten wir nämlich, da hatten wir nämlich dann zwei Sachen zum Bereden. Oh Mann, 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 Mann. Na gut, dann hören wir uns jetzt das eine Mal hier an. Ach, die älteste ist das. So. Ich weiß nicht, dass ich mich nicht verletzen kann, aber ich weiß nicht, dass ich mich nicht verletzen kann. Die Wüthlöschung ist eine große Rolle, die Sie hier mit den Niemals befinden. Als das in Niemöbeschlande ist, wurde die Kirche gelegt, als Sie für die Kirche zu finden, die uns in den Niemals befinden uns zu einem Kripp. Die Kirche sind unter der Tür gelegt, die uns in die Kirche zu verhältnismen, die die Kirche gelegt, die uns auf den Niemals befinden, Ich glaube, es geht an die Zeit. Und ich möchte, was es, was ich nicht, was ich. Ich möchte, was ich in die Hand zu verhindern. Ich möchte, wenn ich mich noch nicht mehr regiert, muss ich nicht mehr sagen. Ich möchte, dass ich meine Hand zu verletzen bin. Ich möchte, dass ich sie gerne mit mir verletzen bin. okay ein moment okay ich habe einer alten frau trau viel grund zum nachdenken gegeben okay also im grunde genommen hat sich schutz versprochen und die anderen dörfer tun sozusagen darüber reden wie sie halt dass sie sich mit den loyalisten verbünden und unser volk eigentlich immer so abgeschieden ist ich versuche das gerade wieder zu geben wenn ich das nicht lesen muss und sie stellen sich alle die frage wieso weshalb warum so danke fuchs aber mein pferd kann man so wunderbar jagen einfach nur einfach grandios so das heißt wir reiten jetzt mal fix hier entlang einfach ach so folgendes ich habe auch die höhle gefunden wo das man zurzeit drin ist ja ich kann euch das mal kurz zeigen und zwar ist die hier oben irgendwie da so muss sie sein da reiten wir mal kurz sind ich zeige euch die einfach mal per zufall beim rumlaufen von sachen suchen gefunden ich glaube bei federn wegen federn habe ich da geguckt und die gefunden gehabt auch ernsthaft ach komm absteigen so da ist er da ist die höhle ja wenn wir jetzt hier reingehen wir sind da nur das alte geschmierte hier und noch nicht nixen graffitischeiß ja sondern so wie es ist cool oder hat schon was an sich auch die geräusche drin sind einfach wow ja wo ich euch nur mal zeigen dass wir hier sozusagen hier die höhle ist wo das man und der rest reingegangen ist wir rufen noch mal das fair behalb das fährt so fährt bis zum boden gelandet ach ich muss ein stückchen weit weg laufen so da bist du okay so das heißt ich nehme mal schnell die markierung weg so und wir machen jetzt erst mal so sie wollte mich jetzt nicht warum wollen die mich immer angreifen das kann doch nicht wahr sein ey komm er fährt nee dann bleibt da hinten ach man da blieb man stecken wegen so einem blöden ach ernsthaft naja tötete ich den jetzt noch verstehe ich nicht warum ich habe sie wenigstens nicht getötet ab den konvoi überfallen jetzt bin ich schon wieder mit dem kopf gegen mikros so wagen überfallen sehr schön so also noch mal fährt rufen die mission hier unten die stadtmission nehmen wir an und reiten drauf los ich bleib jetzt auf der straße gleich ey wenn es so weiter geht so ach wölfe sind da ja 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 ähm ja das ist natürlich doof dass wir keine möglichkeit haben zum rüberkommen weg da wolf so aber hier ach mist doch hier hochlaufen ja die wegfindung ist manchmal ein bisschen schwierig ja mit pferd aber naja was solls es gibt ja leider keinen schnellreisepunkt bis dahin ach ja ich laufe lieber also so weil da kann ich nämlich auch einfach berge hoch naja die hälfte haben wir ja schon hinter uns dann ist es auch okay so machen wir es halt so Mensch hört auf zu trommeln ihr verratet euch doch jedes mal nein Elch diesmal will ich nichts von dir so ja na gut dann müssen wir halt ein bisschen weit laufen aber so ist es halt ja genau geht mal aus dem weg rennt alle weg das ist sehr schön hauptsache ich komme zu meiner mission weil wie gesagt New York werden wir uns dann halt beim nächsten mal drum widmen jetzt will ich auf jeden Fall hier diese Stadtmission unsere Siedlungsmission machen weil unsere Siedlung muss auch wachsen gehört alles mit dazu ja und außerdem nur nur Strange die Mission durchprügeln ja meh das kann jeder ja aber nicht die Wölfe aushalten okay ach ja so ja so ja die Rohdrücke ist mir egal so wir können aber ja das Seil finde ich ganz cool man kann schon ein paar Leute wenigstens ranziehen wenn sie gerade schießen wollen oder sonst irgendwas da kann man sie auf den Boden reißen und dann zack töten das ist eigentlich ganz gut so wir nehmen auch unsere Axt wieder ja weil die Mission wird bestimmt gleich blutig werden weil so eine Siedlungsmission ist immer irgendwie mit roher Gewalt oder so in der Art weil die Holzfälle haben wir ja nicht mit roher Gewalt rausgeholt die Holzfälle haben wir ja nur gerettet den Schreiner den haben wir mit roher Gewalt befreit oh das hast du verdient Rebell zurück du hast dir nichts verlobt ja alle tot was ist geschehen wir wollten dass wir unsere ganze Ernte der Krone geben Warren weigerte sich sie töteten das Vieh salzten den Acker und zerrten uns raus den Rest kennt ihr ja ich fürchte wir können euch nichts geben für die Hilfe Fremder wir haben nichts mehr vielleicht gibt es da etwas was ihr tun könntet jederzeit ich lebe in einer kleinen Gemeinde nicht weit weg der Boden ist gut meine Nachbarn könnten frisches Gemüse Weizen und Mais gut brauchen wenn ihr eure Farbe wieder aufbaut würdet ihr gedeihen das ist sehr großzügig wir sehen es uns an danke Naja wenn es so einfach ging dann war es ja nicht so wild nein nein ihr lasst mich in Ruhe ihr blöden Ärscher ach Männer na gut so die Siedlungsmission haben wir hinter uns das heißt jetzt schnellreise ist nicht verfügbar ah stimmt weil wir gerade verfolgt werden das heißt wir können also zu den Dingern schnell reisen wow wartet mal da ist ein Laden das wusste ich ja gar nicht vielleicht können wir hier ein paar Sachen kaufen wollt ihr kaufen oder verkaufen erstmal kaufen also ich habe hier alle Karten gekauft ja ausgerüstet ausgerüstet aus 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 und auch alles gesammelt 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 so wir kaufen mal hier uns paar Waffen ein damit unsere Waffenkammer voll wird so das sieht eigentlich ganz cool aus das Schwert stumpfe Waffen oh das Geld geht aber auch weg wie warme Semmel so kleine Waffen ah ne oh äh ja zweieinhalb tausend oh warte mal Steindeutsch yeah wird alles so teuer so so okay äh Schusswaffen ah ne die etwas größeren Äxtre sind das ja genau ah da haben wir schon mal ein paar Pistolen mehr gekauft ausgerüstet die Schwächer ach so okay Verbrauchsmaterial und Montur ach so ja das ist Kleidung ja die brauchen wir nicht Verbrauchsmaterial haben wir da irgendwas was wir kaufen können äh Pfeiler ja okay Munition nein nein nö haben wir noch alles drin äh wartet äh normale Waffen ne da habe ich das Schwert ja glaube ausgerüstet das hier ausgerüstet okay cool also die Axt und du das Schwert das Schwert haben wir was ist heute euer Wunsch oh ne ne ich wollte nicht mit dir reden Entschuldigung 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 ich wollte rausgehen und die Waffe wegstecken das wollte ich doch nicht sorry so jetzt können wir aber schnell Reise machen so geht es natürlich auch also wir haben schon mal ein schöner ein anderes Schwert sieht ganz nett aus ne neue Kanone also ne neue Pistole das ist sehr schön ja die Axt die lasse ich mal die Assassin Axt die sieht einfach cool aus finde ich so lassen wir mal die Folge heute mal ein bisschen länger laufen die muss ja nicht gleich so 20 halbe Stunde nur sein die lasse ich gleich mal ein bisschen länger laufen weil wir haben schließlich die Siedler Mission gemacht und jetzt machen wir halt nach New York schon mal rein dann machen wir wenigstens die erste Mission so weit wieder auf na na oh wow wir können ja das Schwert hier nehmen wano zieh also was ist dein Gewinn bei all dem derselbe wie deiner Frieden Stabilität ein Land in dem alle Seite an Seite leben frei und gleich dann schließ dich doch der Bruderschaft an mein Vater war ein Assassinen und ein recht guter dazu soweit ich weiß aber ich hoffe eines Tages Kinder zu haben es ist schwer in zwei Welten gleichzeitig zu leben also entschied ich mich für einen ich verstehe ich helfe immer noch wo ich kann deshalb sind wir jetzt hier ok sein Vater war mal Assassiner naja jetzt heißt es versuchen so wenig wie möglich Blausordaten zu töten obwohl jeder weiß dass er Amerikaner eh fies sind das kannst du mir über Thomas Hickey sagen er war der Kopf eines Fälscherrins hier in der Stadt finde den Sitz einer Organisation wir lassen ihn verhaften vom Gefängnis aus kann er dem Commander nichts antreten weißt du denn wo er ist nicht exakt aber ich habe eine Idee wo wir die Suche beginnen können ok spielst du den Trottel oh da heißt ja die Stadt komplett wieder alles entdecken und so oh haben die vielleicht auch wieder neue Karten oh das will ich jetzt gar nicht will ich gerade überlegen habe ich nicht die ganzen Karten gekauft gehabt ach guck mal da kann ich Turmult auslösen ok wie weit die müssten wir denn noch reiten freundschen weil du redest nicht mehr mit mir es gibt Gerüchte über Falschgeld aus dieser Gegend zweifellos stammt es von Thomas ok das ist kein Geld nur buntes Papier du hast mich zum letzten mal betrogen wache blablabla 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 puh ich habe beinahe schief gegangen das muss ich aufpassen ok so ähm den Fälscher verfolgen den Fälscher verfolgen ich muss ihn nur verfolgen puh hmm Da läuft er rein, okay. Okay. Eigentlich muss er mich direkt sehen. Achso, wir machen mal wieder den Pfeil hier. Also das Seil mit dem Messer dran. Mensch, vielleicht müssen wir denn noch rennen, Kollege? Aha. Erfolgreich. Achso. Na los. Wir haben alles, was wir für den Plan brauchen. Ja, okay. Äh. So. So. Dreht er sich mal um? Der New York Chronicle. Hier für nur einen Penny. Ui, grad so geschafft. Naja. Äh. Wer hat ihn doch da noch grad eben vor uns gehabt? Ja. Hm. Und jetzt? Oh. So. Hahaha. Bitte nicht zu mir. Puh. Okay. 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 Entschuldigung. Boah. Boah. Müssen wir weit laufen. Boah. 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 Angst? Na klar. Du und ich und Hickey. Pechvögel, die nur versuchen zu überleben in dieser kalten, braunen Welt. Okay. Ah, die Kinder haben ihn so lange aufgetreten, er konnte jetzt zu Ende quatschen. Aber wir müssen bis zum Ende dieses Dings durchlaufen damit. Wow. Also, im Moment haben wir echt Arsch auf einmal bisher jedes Mal bei ihnen. Okay. Volle Pulle rein, hä? Was soll das? Thomas Hickey? Vielleicht. Was geht's dich an? Hm. Sollte dein Orden nicht ausgelöscht sein? Schätze, dann muss ich das richtig stellen. Pack den! Woah. Noch einer! Pack den! Da, da! Er greift ihn! Auf Sie, Junge! Auf Sie, Junge! Das ist mein Geld! Niemanden rammen, oder... Achso. Ah, ich kann nicht. Pass das Geld an und du sterbst! Ach, geh mir aus dem Weg! Ach, ernsthaft! Meine Fresse, dieser Kackwagen und sonst was. Das ist gute Silber! Keh um! Wenn du weißt, lass gut für dich! Ja, ja, danke! Blöden Arschlöcher! Entschuldigung. Für die Fäkalsprache. Wir sind eh schon übergegengerannt, also... Ach! Ach ja, stimmt. Ich soll ihn ja nur verfolgen oder töten. Ich versuch's gleich mal mit Q zu machen. Ich hab hier Probleme! Hilf mir! Ja, nur verfolgen, okay. Also, jetzt könnte ich... Okay. Halt still! Du stiftest kein Unheil mehr! Du bist dein Name! Mischst dich in Dinge ein, die du nicht verstehst! Washington ist das Einzige, was die Kontinentalarmee zusammenhält. Tötest du ihn, stirbt auch jede Hoffnung auf Freiheit. Falsch, Bursche! Ohne ihn ginge die Verantwortung über an Lee. Und dann? Ihr seid beide verhaftet! Ach, kommt! Worte noch ein kleiner Streitofficer! Bist dich Grimineven! Zwei Männer, ihren Twist auf altmutige Art klären! Können wir uns nicht... Still! Aufgrund welcher Tat? Falschmünzerei! Damit hatte ich nichts zu tun. Natürlich nicht! Hör zu, hier steht Wichtigeres auf dem Spiel. Dieser Mann hat vor... Ja, super! Ja, wir sind ein Knacki! Super! So soll's sein! Ah, Mist! Wie sind wir nicht Knacki? Hast mich vermisst, süßer? Was? Nichts zu sagen? Wenn du hier bist, ist Washington sicher. War, war. Aber... Ich glaube, ich werde gerade begnadigt. Vielen Dank für die Rettung, Gentlemen. Es dürfen keine Fehler mehr passieren, Thomas. Ist das verstanden? Was ist mit dem Assassinen? Ja, er ist hier. Direkt in der Zelle neben meiner. Wir haben wohl doch nicht alle erwischt, was? Kümmert euch drum, Charles. Sofort, Sir. Was machen wir? Du bist der Bursche vom Kontinentalkongress. Adams, kleiner Schoßhund. Hm. Ich hab da eine Idee. Ja. Zwei Fliegen mit einer Klappe. Erzähl. Wenn die Zeit reif ist. Der Assassine wird uns schon nicht davonlaufen. Zunächst sollten wir dir eine bessere Unterkunft suchen. Was redest du da? Ich dachte, ich komm hier raus. Ich fürchte, du kommst ein Weilchen nicht raus. Wegen Benjamin Talmensch. Er zerreißt sich das Maul. Erzählt alles Mögliche. Du wirst verdächtigt, einen Anschlag auf George Washington vorzubereiten. Was für ein plopper Maul. Ich dachte, ihr kümmert euch darum. Wir besprechen das woanders. Ah, ja. Ich erinnere mich nicht ab. In der Tat. Am Sonntag ruht das Werkzeug und ich spiele Bratsch mit Ihnen. Ein sechsiedlicher und erkennungsgeschäft. So. Äh. Achso. Okay. Gut. Folgendes machen wir jetzt, ja. Wir machen jetzt hier einen Cut. Sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Ja. Wie wir hier aus dem Knast rauskommen oder wie auch immer. Ja. Und ich wünsche euch erstmal noch einen schönen Abend. Alles Gute und erstmal bis dahin. Ciao, ciao euch. Nichts in homage. Deco hect regentes. nicht wahr.